Hallo liebe Kinder, heute aus der Ulmenhalle. Wir hoffen, ihr seid alle gut gerüstet. Wir haben ein kleines technisches Problem gehabt, aber das ist nicht schlimm. Ihr hört gerade im Hintergrund Plug & Play, eine Band aus Oberölmen Musikern. Und hier in der Ulmenhalle sind vier Künstlerinnen und Künstler versammelt. Das sind Jasmin Bangel, Tiziano Mori, Pianis Seul und am Piano Oliver Marker. Und jetzt geht es gleich los. Wir zählen den Countdown runter miteinander. Viel Spaß heute in der Ulmenhalle mit allen Künstlern. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Oberölfer-Kinderfass macht ein dreifach donnerndes Hellau, Hellau, Hellau. Ja, liebe Kinder, schön, dass ihr alle da seid. Dieses Jahr ist alles anders. Wir sind trotzdem in der Ulmenhalle, aber ihr fehlt. Trotzdem möchten wir mit euch eine ganz tolle Kinderfassnacht feiern. Und dazu habt ihr im Vorfeld auch eine ganz tolle Tüte bekommen. Diese Tüte habe ich hier auch. Und was ist in dieser Tüte drin? Ich bin gespannt. Ich sehe eine Fahne, die ihr bekommen habt, in den unterschiedlichsten Farben. Ihr habt was zum Lesen bekommen. Das habt ihr selbst gelesen oder die Eltern euch vorgelesen. Süßigkeiten dürfen nicht fehlen. Was ist noch drin? Luftschlagen. Ich hoffe, ihr habt sie schon ein bisschen verteilt in der Wohnung. Dann gibt es eine Brille oder ein Instrument, je nachdem, was ihr habt. Sehr gut. Ich habe hier einen Cocktailmixer. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Und es gibt Brause und Süßigkeiten. Also, lasst uns eine schöne Zeit haben. Aber ich würde sagen, Olli, 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 Hallo, Olli. Ey, jetzt können wir mal loslegen. Ich habe doch gerade die Kinder schon alle begrüßt. Sind die Kinder schon alle da? Ei, da guck mal, da drin. Dahinde sind sie. Kinder, könnt ihr mal alle winken? Ja. Damit wir sehen, dass ihr da seid. Sehr gut. Okay. Prima. Die Ahnung, guck mal, da ist eine Oma, die weigert sich zu winken. Was? Ach, die Oma, winke. Arm hoch, alle winken. Ich glaube, jetzt sollten wir bereit sein. Ja, ich glaube auch. Was hältst du davon, wenn wir die Kinder erst mal begrüßen? Ja. Und zwar mit einem Lied, das heißt Hallo. Wie passend. Wie passend. Hallo. Kind, ihr könnt hier alle Hallo rufen. Ich zähle mal bis drei. Achtung. Eins, zwei, drei. Hallo. 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 Da ist ja noch wer. Das ist Jasmin. Jasmin, hilfst du mir mal? Klar. Kommst du mal ein bisschen daher. Erst mal einen Applaus für Jasmin. Jasmin, wir machen folgendes. Wir singen mit den Kindern jetzt ein Begrüßungslied, das heißt Hallo. Das schaffe ich. Ich rufe Hallo und du rufst mit den Kindern Hallo hinterher. Okay, okay. Kinder, seid ihr bereit? Achtung. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jetzt wird Musik gemacht. Ich sag Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jetzt wird Musik und auch viel Quatsch gemacht. Jasmin, Diana. Ja? Ich glaube, die haben ein bisschen leise gerufen. Habt ihr was gehört? Nee. War nicht so richtig. Kinder, könnt ihr doppelt so laut rufen? So laut, dass beim Opa das Toupet vom Kopf liegt? Wollen wir es versuchen? Okay, Achtung. Luft holen. Achtung. Eins, zwei, drei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jetzt wird Musik gemacht. Ich sag Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jetzt wird Musik und auch viel Quatsch gemacht. So Kinder, passt mal auf. Ich hab ein paar Fragen an euch und es wäre schön, wenn ihr möglichst viele mit Ja beantworten könnt. Achtung. Habt ihr Lust auf Singen? Ja. 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 Habt ihr Lust auf Lachen? Ja. Ja. Habt ihr Lust mit uns jetzt ein bisschen Fassenacht und Quatsch zu machen? Ja. 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 Oh, äh. Könnt ihr alle klatschen? Ich mein langsam und schnell. Wollen wir das zusammen probieren? Das wäre sensationell. Alle Kinder, Hände breit. Zack. Ich zähle bis vier und dann klatschen wir langsam im Takt. Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt. Verlassen wir uns ein bisschen Zeit, oder? Der Hände auch. Achtung. Doppelt so schnell. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt. Okay. Das können die noch. Das Windschapfen doppelt so schnell. Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal doppelt so schnell. Okay. Hände ausschütteln. Wieder hinstellen. Und ein lautes Hallo. Sag mal, Jasmin, sagt man hier in Operolm Hallo, Guten Tag, oder sagt man was anderes? Gude. Wie? Gude? Gude. Kinder, könnt ihr alle Gude sagen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Gude. Gude. Komm, wir probieren es direkt. Eins, zwei. Zwei, drei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Gude. Gude. Jetzt wird Musik gemacht. Ich sag Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Gude. Gude. Jetzt wird Musik und auch viel Quatsch gemacht. Okay. Nächste Frage. Könnt ihr laut Helau rufen? Hast du was gehört? Nee. Ist auch schwer. Könnt ihr laut Helau rufen? Helau. 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 Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Könnt ihr Grimassen schneiden? Könnt ihr unfreundliche Menschen leiden? Nee. Nee. Können sie nicht. Ähm. Könnt ihr balancieren? Okay. Auf einem Bein rumstehen. Und ohne auf dem Bobbis fallen, euch im Kreis zu drehen, könnt ihr alle, okay, passt auf. Alle aufstehen. Alle, die jetzt noch sitzen auf dem Sofa, aufstehen. Auf ein Bein stellen. Sit. Und auf drei drehen wir uns im Kreis. Eins, zwei, drei. Jetzt. Stopp. Bleibt ihr noch stehen, ihr zwei. Okay, anderes Bein. Anderes Bein. Ich zähl nochmal bis drei. Andersrum. Eins, zwei, drei. Jetzt. Steht ihr noch? Klar. Okay, super. So. Ich würde jetzt sagen, jetzt singt ihr so laut, Hallo, bis in Niederolm die Häuser wackeln. Kriegt ihr das hin? Okay. Jasmin, Jan, ich brauche eure Hilfe. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Gude. Gude. Jetzt wird Musik und auch viel Quatsch gemacht. Hallo. Hallo. Ui, die sind alle gut gelaunt. Gucken wir da ins Wohnzimmer rein. Ja. Olli. Olli, ich würde sagen, wir sehen die ja gar nicht. Sollen wir nicht mal fragen. Hier könnt ihr ein paar Bilder schicken, dass wir auch mal sehen, wie ihr ausseht. Also, lasst euch fotografieren, vielleicht helfen eure Eltern euch und wir haben eine E-Mail-Adresse, ratsaal-at-ober-olm.de. Schickt uns eure Bilder. Wir wollen sehen, wie ihr die Bude krachen lasst, was ihr für eine tolle Fasnacht feiert, dass wir ein bisschen mit teilhaben. Und, ach, dich wollte ich was fragen. Ja. Kannst du eigentlich Trecker fahren? Ja, aber ich habe keinen Führerschein. Aber ich habe gehört, hier in Oberolm darf man Trecker fahren ohne Führerschein. Ja, klar. Wir sind da ja ganz großzügig hier in Oberolm. Kinder, wer von euch hat einen Trecker-Führerschein? Hand hoch, wer kann Traktor fahren? Oder sind einige? Ja, da melden sich ein paar. Kinder, ich glaube, wir machen mit denen mal ein Quatschlied. Okay, unbedingt. Kinder, wir haben ein Quatschlied dabei, das heißt, Kühe melken und Trecker fahren. Wollt ihr mitmachen? Okay, passt mal auf. Wir fangen an mit beiden Händen nach vorne. Eine Hand nach oben, nach unten. Und jetzt wird die Kuh gemolken. So. Muckis zeigen. Mach mal richtig so. Zeigt mal die Muckis. Ja. Auf einem Bein stehen. Und Trecker fahren. So. Mama, stimme bis hier mit. Ich kann. Böse gucken. War zu lang, gell? Was ist denn bei Ihnen los? Entschuldigung. Das war aber gut. Böse gucken, da freut sich der Mann, ja. Und jetzt kommt was Cooles. Monster machen, das geht so. Achtung, ganz laut. Könnt ihr das? Achtung, so. Monster machen. Super. Nochmal auf einem Bein stehen. Und Trecker fahren. Okay. Jasmin wird euch erst vortanzen. Kannst ruhig ein bisschen zu mir kommen. Als Piano. Dann wirst du zwischendurch irgendeinen Quatsch tanzen und den tanzt dir einfach nach. Okay? Jasmin, bist du bereit? Right. Right. Ich muss erst mal mein Mikrofon stellen. So. Wir fangen an. Beide Hände nach vorne. Kinder, alle Hände nach vorne. Rechts und links. Wir fangen langsam an. Ich kann Kühe melken. Ganz langsam. Meine Muckis zeigen. Auf einem Bein stehen. Und Trecker fahren. Ich kann böse gucken. Und Monster machen. Wow. Auf einem Bein stehen. Und Trecker fahren. Achtung, doppelt so schnell. Ich kann Kühe melken. Meine Muckis zeigen. Auf einem Bein stehen. Und Trecker fahren. Ich kann böse gucken. Und Monster machen. Ein Bein stehen. Und Trecker fahren. So, Jasmin, jetzt bist du dran. Kannst du mal irgendeinen Quatsch vortanzen? Und die Kinder tanzen hinterher. Achtung, Kinder, mittanzen. Es geht los. Als kleiner Junge kam ich in den Kindergarten. Da fragte mich die Tante. Hey, Oliver. Gibt es irgendwas, was du besonders gut kannst? Da hab ich dir gesagt. Na klar, kann ich was besonders gut. Da fragte sie mich. Kannst du mir mal zeigen, was du besonders gut kannst? Sag ich. Natürlich zeige ich dir jetzt, was ich besonders gut kann. Wir stellen uns alle wieder in Grundposition. Beide Hände so nach vorne. Eine Hand nach oben, eine nach unten. Ich kann Kühe melken. Meine Muckis zeigen. Auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen. Auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann Bühe melken. Meine Muckis zeigen. Auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen. Auf ein Bein stehen und Trecker fahren. So Kinder, das habt ihr cool gemacht. Wenn ihr wollt, das Monster noch ein bisschen lauter nachher. Jasmin, zweite Runde tanzen. Später kam ich dann in die Schule und hatte mein erstes Date mit der Klassenschönsten. Ich schaute mir tief in die Augen und sagte, hey Oliver, gibt's irgendwas, was du besonders gut kannst? Denn mein Mann muss was Besonderes sein. Hab ich ja gesagt, natürlich kann ich was besonders gut. Ich hab mich vor die Prinzessin hingestellt. Ich hab beide Hände nach vorne gemacht. Eine Hand nach oben, die andere nach unten. Hände ein bisschen warm machen, damit es am Eutern nicht so kalt wird. Sonst hüpft uns ja die Kuh noch weg. Genau, uhrhaft. Achtung! Ich kann Kühe mit meinen Muckis zeigen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Wisst ihr was? Ich glaub ja, das ist den Kindern viel zu einfach. Ich glaub auch. Meinst du, wir sollten langsamer oder schneller machen? Na, ein bisschen schneller. Schneller? Nee, viel schneller. Okay, Kinder, ihr sagt Stopp. Könnt ihr so schnell? Bestimmt! Okay, Ausgangsposition. Ich kann Kühe mit meinen Muckis zeigen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich glaub, das war immer noch zu langsam. Äh, ja gut, wenn du meinst, machen wir das auch ein bisschen schneller. Kinder, könnt ihr doppelt so schnell? Also, das ist Raketenschnell. Es kann sein, dass ihr jetzt kein Wort versteht von dem, was ich singe. Aber, wir haben Spaß dabei. Äh, ich brauch euer Monster. Monster, ihr müsst doch folgendes machen. Wenn ich sag Monster machen, nicht so. Ich darf ja mal keine Zeit. Monster machen. Ganz schnell und laut. Achtung. Monster machen. Okay. Ich bin jetzt schnell. Jan ist bereit. Ich kann Kühe mit meinen Muckis zeigen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann Kühe mit meinen Muckis zeigen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Ich kann böse gucken und Monster machen, auf ein Bein stehen und Trecker fahren. Boah. Guck mal, ein Riesenapplaus für die Kinder. Das habt ihr super gemacht. Und die Oma hat mitgemacht. Oh, Wahnsinn. Da wäre ich jetzt gerne in irgendeinem Wohnzimmer mal mit dabei und hätte mal geguckt. Wie haben die denn da die Kühe gemolken? Naja, aber sagt mal Kinder, vielleicht kann die Kamera uns das mal ein bisschen zeigen. Seht ihr die tollen Bilder hier im Hintergrund? Die habt ihr gebastelt. Wow. Und, also Olli, sag mal, Hammer. Und guck mal, das mit den Muckis zeigen. Das ist super. Happy Langstrumpf, die zeigt auch ihre Muckis. Also das war jetzt gerade sehr, sehr passend für dieses Lied. Super, die hat fast so viel Haar auf dem Kopf wie ich. Ja, fast, aber nur fast. Kommt sehr nah dran. Vielen Dank dafür, dass ihr so toll gebastelt habt. Und nächstes Jahr hängen wir das natürlich wieder in die Ulmenhalle. Ihr werdet das alle wieder erkennen. Jetzt muss ich sagen, wir waren jetzt so in Action. Wollen wir denen nicht mal fragen, ob wir auch mal ein bisschen was singen können? Können wir mal was singen zusammen? Können wir mal was singen? Kriegen wir mal was hin? Kinder, wollen wir mal singen? Ja. Kinder, wer von euch kann dann schon so ein bisschen Englisch mal die Hand heben? So ein bisschen Englisch. Aha, okay. Ja. Eins, zwei. Ja, drei, vier. Bei mir. Bei dir ist noch ein paar dabei. Okay, ich bringe euch jetzt kurz was bei von so einer tollen Firma. Die macht so tolle Kinderwände im Rhein-Main-Gebiet. Und die heißt so. Rein, mein, for, family. Ui. Ja, das ist ein bisschen Englisch, ein bisschen oberolmisch, gell? Ist eine ganz schön langen Wort. Kinder, nachsprechen auf drei. Eins, zwei, drei. Rein, mein, for, family. Dieses Lied hat auch eine einfache Melodie. Die spiele ich euch kurz vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal so ein bisschen im Stehen mittanzen. So ganz cool. Ich singe euch mal die Melodie vor. Achtung. Rein, mein, for, family. Rein, mein, for, family. Und nochmal mitsingen. Rein, mein, for, family. Super. Rein, mein, for, family. Okay, den Text habt ihr jetzt drauf. Wir müssen nur noch zusammen klatschen. Und jetzt dürft ihr wieder wie vorhin ein bisschen lauter singen. Achtung. Zwei, drei, vier. Rein, mein, for, family. Erlebe viel mit. Rein, mein, for, family. Spaß und Spiel. Rein, mein, for, family. Und ihr alleine. Rein, mein, for, family. Okay, jetzt machen wir noch was Cooles. Ich sing jetzt ein bisschen. Jasmin, kommst du zum Piano? Die Jasmin wird jetzt irgendwas Cooles vortanzen. Und wenn ich sage, stopp. Bäm, mach ich den. Genau. Das kennen die Kinder, das Stopp-Tanz, oder? Auf jeden Fall. Okay. Wir fangen Cool an. Schaut, was Jasmin tanzt. Und bis wir Stopp machen. Okay. Ich will lecker essen gehen, mit den Schiffpaarrunden drehen. Will mal was Besonderes sehen. Und wo find ich einen Zoo? Ein Museum sowieso. Für jeden Tipp wär ich froh. Wo gibt es ne Rodelbahn, wo Backer sehen? Und wo kann ich Flieger und Hubschrauber sehen? Wo finde ich Flohmack? Stopp! Alles bleibt still. Olli ist schon ein bisschen fies. Moment, die Kinder, sollst du stehen bleiben? Die haben gesagt, du sollst noch ein bisschen stehen bleiben, Jasmin. Das ist auch ein bisschen anstrengend, Kinder. Mit babbeln. Kinder, nicht mogeln zu Hause. Okay, ich geh wieder zurück. Wenn die Musik angeht, können wir wieder tanzen. Okay, ein bisschen tanzen. Wieder in die Hände klatschen, Kinder. Alle. Jetzt muss die Mama, die Baba, die Oma, die Opa, die Onkel, alle müssen mitklatschen. Und singen, bis wir uns hier hören. Rhein-Main-for-Family erlebe viel mit Rhein-Main-for-Family Spaß und Spiel mit Rhein-Main-for-Family Spaß und Spiel mit Rhein-Main-for-Family. Jasmin tanzt so wieder jeden Käse vor. Jasmin tanzt vor und ihr tanzt bis zum Stopp sagen mit. Ich will heute draußen sein, irgendwo am Rhein und Main. Vielleicht ein Picknick, das wäre doch fein. Ein Parcours durch die Natur, eine schöne Fahrradtour. Oder du kannst, wenn du willst, sogar noch wilder tanzen. Verzeih mir die Sterne, die Sonne, den Mond. Vielleicht den Planet, wo der kleine Prinz wohnt. Du Stopp! Äh... Stopp! Ich guck mal bei der Diana. Hat dich gewackelt. Kinder! Äh, äh... Luft anhalten! Äh... Okay. Die hat geschummelt. Hast du geschummelt? Kinder hat sie geschummelt? Nicht stehen bleiben. Meine Kinder nicken. Okay. Tanzen. Hände glatschen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Kinder ganz alleine singen können. Achtung. Rhein, Main. Super, nochmal. Rhein, Main. Rhein, Main. Rhein, Main. Rhein, Main. Letztes Mal ganz wild tanzen. Los geht's! Bei uns steigt ne Party, ein Riesenerlebnis, ne Gaudi mit Spaßgarantie. Denn einmal im Jahr treffen sich alle Kinder zum Festival vor Färme. Stopp! Pfff! 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 gesehen, da hat ein Opa mitgetanzen. Opa, Olme, Opa, dreimal O. Opa, Olme, Opa. Wahnsinn, was du alles siehst. Seid ihr überhaupt alle noch wach da in der Kamera? Seid ihr noch da? Hallo? Könnt ihr mal bitte alle winken? Hallo, seid ihr da? Kommt mal mit. Ich will euch was zeigen. Kommt mit mir mit auf. Seid ihr noch da? Alle noch da? Guckt mal, was wir hier haben. Eine riesengroße Narrenkappe. Die ist so riesig, die passt noch nicht mal unserem Bürgermeister. So groß ist die. Und seht ihr, da steht was drauf. Karnevalclub. Vielleicht können ein paar von euch mitlesen. 1948 Oberolm e.V. Also das ist schon ein richtig altes, tolles Dekomittel. Und das haben wir heute für euch ausgepackt. Riesengroß. Und ich hätte jetzt mal die Omas und Opas. Steht mal auf. Los, kommt, steht mal auf. Kommt mal ein bisschen vor. Den Tanz, den wir jetzt tanzen, den kennt ihr. Das ist ein Twist. Da sind die Omas und Opas ganz, ganz fit drin. Und Olli, du hast einen Twist für uns dabei. Ja, aber ich bin keine Oma. Du sollst ja auch nur spielen und singen. Die Omas und Opas tanzen. Ihr sollt mit tanzen. Zeigt es euren Enkelkindern. Wie geht Twist richtig? Okay. Jasmin, wollen wir das mal zeigen? Ja. Okay. Kinder, die Kinder stehen schon. Hol mal den Opa vom Sofa, damit der Opa auch mit tanzt da hinten. Also vielleicht die Mama und den Papa auch. Mama, okay. Mama und Papa auch. alle aufgestanden? Okay, pass auf. Wir machen jetzt den Wackelpudding-Twist. Wisst ihr, was wir brauchen? Ich komme mal gerade rüber zu dir. Wir brauchen erst wackelnde Knie. Das geht so. Kinder, mit den Knie wackeln. Sehr gut. Und jetzt wird es cool. Rumdrehen. Jetzt wackeln wir mit dem Popo. Rumdrehen. Wir wollen genau rumdrehen. Popo, jetzt. Rumdrehen. Jetzt müssen wir ganz kurz mal den Kopf so ein bisschen dehnen. So nach links und nach rechts. Jetzt kommt was Cooles. Jetzt machen wir nämlich den Kopf. Das geht so. Du musst so, guck mal, du musst so machen, bis die Haare fliegen. Das wird so schwer. Mädchen, könnt ihr eure Haare fliegen lassen, wackeln, so. Kinder, ihr könnt es besser als ich. Los, los. Okay. Und was ganz wichtig ist, währenddessen die Strophen kommen, tanzt Jasmin einen Twist, der geht so. Vielleicht auch so. Oder so. Ich habe gesehen, die Kinder sind schon bereit. Los geht. Ich lasse dich da tanzen und ich gehe da hinten hin. Herr Kapellmeister, werben Sie mal den Riemen auf die Eile. Jetzt kommt der Wackelpudding-Trick. So viele Dinge wackeln ganz einfach hin und her. Von links nach rechts und mancher Pattenshahn erwackelt sehr. Ich war gern hohe Berge hinunter mit den Schieb. Doch ab und zu, dann wackeln mir vor Angst an beide Knie. Und jeder, der gelenkig, gern sportlich ist, er wackelt einfach, lässt sich den Wackelpudding-Trick. Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie. Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie. Doppel so schnell. Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie. Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie. Twist, tanze. Es wackeln auch egal, das habe ich schon gesehen. Wenn Schrauben locker sitzen, Dann muss man sie nur fester drehen. Es wackelt auch der Popo von um ein und her. Und es gibt zu viel Kuchen, ja, dann wackelt's doch viel mehr. Und jeder, der gelenkig, gerne sportlich ist, der wackelt einfach lässig, den Wackel-Pudding-Quist. Ich hab nen Wackel, 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 Wackel. Ich hab nen Wackel, 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 Wackel. Okay, kurzer Ausruf. Kurzer Ausschüttel. Twist! Der Opa fährt kein Auto und seins ist ziemlich bunt. Und auf der Hutablage liegt ein kleiner Plastikhund. Der Wackel-Dackel wackelt mit dem Kopf die ganze Zeit. Und Opas Fahrstil ist vom Wackeln auch nicht ganz voll breit. Und jeder, der gelenkig, gerne sportlich ist, Der wackelt einfach lässig, den Wackel vor dem Quiz. Der Kopf! Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor dem Kopf. Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor dem Kopf. Mädchen, Haare fliegen! Ich hab nen Wackel, 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 wackel vor den Kopf. Ich hab nen Wackel, 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 wackel vor den Kopf. Wir packen mit den Knie an. Erst wackeln meine Knie, rumdrehen, dann wackelt auch mein Po. Dann wackelt noch mein Kopf, im Geruch, und alles sowieso. Erst wackeln meine Knie, dann wackelt auch mein Po. Dann wackelt noch mein Kopf, und alles sowieso. Ich habe Wackel, 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 wackel vor den Knie. Und einen Wackel, 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 wackel vor den Kopf. Und noch ein Wackel, 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 wackel vor den Kopf. Okay, ich glaub, wir haben noch mal Wackelpudding. Guck mal, die Diana hat keine Luft mehr. Ja, die Kinder tanzen noch, guck mal, wackel vor den Knie. Wackel vor den Po. Und Kopf. Ja, ich bin jetzt so durchgewackelt. Wie so ein Wackel-Dackel. Ja, so wie so ein Wackel-Dackel-Wackel-Dackel-Lied gibt's auch. Und wisst ihr was, nach dem ganzen Gewackel und Geschüttel und Getwiste bin ich ja mal so ein bisschen gehüpfen. Hast du auch einen Hüpf? Ja, ich bin der Meinung, wenn wir jetzt schon so außer Puste sind, müssen wir einen da draufsetzen. Ei, jetzt, jetzt. Kinder, wer von euch kann denn hüpfen so? Boing, boing. Moment. Rhythmus anmachen. Probe hüpfen. Im Stehen. Wer von euch kann hüpfen? Oh, 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 oh. Ist gut. Ist gut. Siehst du die Wohnzimmerschränke, wie sie wackeln? Okay, kurz stehen bleiben. Der Text ist ganz einfach. Heißt Boing, 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 boing. Hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein... Hase. Toastbrot. Nicht wie ein Hase. Toastbrot. Frosch. Frosch. Oder Igel. Igel. Igel ist gut. Igel. Ich höre gerade was. Was? Okay, Känguru. Okay, boing, boing, boing. Hüpfen, wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Aber dazu müsst ihr alle runter in die Knie gehen. Runde in die Knie. Runter. Ich zähle bis vier, Kinder. Dann machen wir alle einen Satz nach oben. Und dann wird gehüpft. So hoch, ihr könnt. Und mitsingen. Eins. Zwei. 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 Vier. Jetzt. Boing, 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 boing. Hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Okay, alle stehen bleiben, Hände klatschen. Australien ist das Heimatland vom Beuteltier, das sehr bekannt. Ein Tier, das größte Sprünge macht, wenn heiß der Tag und schwül die Nacht. Alle Kinder wieder runne in die Hocke. Runne, 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 runne. Ich zähle bis vier. Passt auf. Eins, zwei, drei, vier, hoch. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Alle wieder stehen bleiben, Hände klatschen. Sehr gut. Es dachte sich der Pinguin, wie schön wird jetzt die Sonne schien. Doch was bei Hitze helfen tut, ich würde sagen, alle wieder runne in die Knie. Runter. Runne in die Hocke. Nee. Noch tiefer. Noch tiefer. Genau. Die sind noch unten. Ich guck grad nur. Eins, zwei, drei, vier, hoch. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Weil mir das so gut gefällt, machen wir das jetzt mal richtig schnell. Kinder, mal gucken, ob die Jasmin auch so schnell kann. Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Boing, 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 hüpfen. Wir wollen hüpfen wie ein Känguru. Ich würd mal ganz tief einatmen. Ausatmen. Einatmen. Wir haben hier nicht von Hochleistungssport gesprochen, als du gesagt hast, wir wollen ein bisschen tanzen. Doch. Also man hat ja gesagt, wenn wir kommen, dann soll es in Oberolmen richtig wackeln. Echt? Die Ulmenhalle hat gewackelt. Meinst du im Wohnzimmer auch? Aber Kinder, hat es bei euch zu Hause auch gewackelt? Schickt uns doch ein paar Bilder. Schickt uns doch, wie ihr gehüpft seid. Wie die Oma getwistet ist. Das würden wir auch gerne sehen. Und ich würd ja sagen, wir brauchen eine Erfrischung. Jetzt müssen wir uns erfrischen. Kinder, greift mal in eure Tüte rein. Dort habt ihr so einen tollen Becher. Und ich, Tiziano. Ist das denn schon wieder? Mensch, Tiziano, wo bleibst du? Der ist immer zu spät. Sag mal, Italiener. Das gibt es doch gar nicht. Entschuldigung. Ich habe fast fast fast. Tiziano. Das brauchen wir nicht. Hast du zu viel gehüpft gerade eben? Ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Das brauchen wir auch nicht. Oder? Nee. Alter, ich habe aber meine eigene. Da ist doch. Aber ich habe noch einen blauen. Ich habe gerade. Ja. Du bist perfekt ausgestattet. Und Tiziano. Ein bisschen. Die Kinder brauchen eine Erfrischung. Wollen wir? Ja, da hat jeder so eine Klapper-Shaker. Genau, da kann man sogar Musik mitmachen. Das kann man auch Musik machen, wenn er leer ist. Am Ende ist es ein Instrument. Ja, wenn man möchte. Ja, ja, ja. Gute Idee. Also, dann packen wir das schöne Ding hier aus. So, so, so. Das können wir auf die Seite stellen. Perfekt. Und haben wir hier eine Shake-Up. Damit können wir Cocktail mixen. Ganz leckere Mischgetränke mit Saft. Wollen wir das zusammen machen? Habt ihr alle so eine? Ja? Was mischen wir denn? Tiziano? Ich weiß es nicht. Was wollen wir trinken? Also, ihr steht... Was steht da? Ach, da steht schon was. Oh ja, steht Tiziano-Poly-Tan. Aber das ist kompliziert. Ihr könnt ja den Cocktail nennen, wie ihr wollt. Das ist egal. Gibt ja einen schönen Fasnacht-Name. Ja, oder? Ist der Kinder-Fasnachts-Cocktail? Würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Genau. Machen wir hier oder da? Nein, du machst ihn und ich bin der Koster. Ich gucke und koste. Nein, haben wir so überlegt? Ach, so hatten wir das, glaube ich. Okay, na gut. Du bist doch hier der Weltmeister im Mischen. Ja, ja. Ich bin ja der Schüler. Ich muss zugucken. Na gut. Oder beziehungsweise ich bin der Tester und sage dir, ob es lecker ist. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Also Kinder, macht schön mit. Guckt mal, was Tiziano da jetzt euch zeigt. Die sind auch gut. Zeigt, wie das geht. Die sind auch gut. Die sind auch gut? Ja, ja, ich gucke gerade. Okay. Damit kann man ganz weit weg gucken. Da geht's. Ja, das ist der Satzbrille. Das ist sehr schön. Ich finde die Farbe ja ganz toll. Richtig bunt. Siehst du, klappt das schon gar nicht. Ich muss ruhig sein. Also nochmal. Eins, zwei, drei. Uh, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir nehmen aber Eure Schicker. Der sieht besser aus. Man kann alle Zutaten sehen. Mal schauen. Was steht hier drauf? Steht auch auf die Rezepten. Steht Zitronensaft. Diese haben wir hier. Dann, wir können den Zitronensaft einmal ein bisschen schütteln. Und da ist noch drin eine Linie mit zwei Zentiliter. Okay, haben wir. Großzügig. Wir sind großzügig. Komm, wir machen das Leckeres. Dann steht noch drin, habe ich gelesen, Cranberrysaft. Das ist so dieser schöne rote Saft. Schön rot. Passt zum Becher. Das passt. Und noch viel. Da haben wir noch hier. Oh, wieder zu viel. Na gut. Du bist großzügig, Tiziano. So kennen wir dich. Ich habe überlegt, wir können ein bisschen mehr trinken. Man macht es ja nie genau an dem Eichstrich. Und wir haben ja auch noch Kleckeres Orangensaft. Das ist jetzt, wir machen das richtig großzügig. So viel. Oh, steht ganz dick auf Orangensaft. So viel. Ja. Na komm, es ist fast noch. Ja, genau. Können wir mehr machen. Ganz genau. Und Eis. Eis, Eis, Eis. Zum Glück steht alles drauf. Ja. Weil ich merke mir die ganze Rezepte. Ihr habt das zu Hause vorbereitet, hoffentlich alles. Ich merke mir die Rezepte gar nichts. Jedes Mal muss ich nachgucken, stimmt das, stimmt ja nicht. Jetzt Eis. Na gut. Jetzt fehlt noch Eis. Aber jetzt machst du es nicht mit dem Werfen. Nein. Nein. Wenn ich das mache, mal platsch. Ach so. Muss man wieder nochmal machen. Ach so. So, eine. Jetzt ist voll. Jetzt passt gar nichts mehr drin. Oh je. Na gut. Wir nehmen dann den großen Deckel. Ah ja. Und wir machen das oben drauf. Nee. Hier drauf. Hier drauf. Ope, drauf. Ope, drauf. Ope, drauf. Ich muss noch Deutsch lernen. Es tut mir leid. Und jetzt den kleinen. Und dann den kleinen. Oben drauf. Haben wir? Zu. Eine Hand oben drauf. Eine unten. Und jetzt. Wie bei den Kangaroo. Macht so lange, wie ihr könnt. So ein, zwei, drei Stunden reichen. Das ist kein Problem. Zehn Minuten, zehn Sekunden reichen vollkommen. Jetzt haben wir auch schön fertig. Wow. Ja, da ist auch Schaum drauf. Wir nehmen ein schönes Glas. Uuuuh. Der passt. Der passt. Guck mal. Sieht das toll aus. Ich hoffe, bei euch zu Hause sieht das mindestens genauso lecker aus. Der ist nicht so kalt. Der ist nicht so kalt. Ich mache noch einen Eiswürfel. Ich habe zu wenig geschüttelt. Okay. So, das sieht besser aus. Jetzt. Gut. Ja, Kühlung ist wichtig. Was mache ich? Sollen wir Mango? Ein bisschen? Ja, Mango ist schon fein. Gut. Also ihr könnt jetzt dekorieren. Ja. Eine kleine gute Idee. Man kann Mango reintun. Mal gucken. Ne, wir machen so. Schau mal. Mango hier. Oh. Da machen wir noch ein bisschen Orange. Oh. Vitamine sind wichtig. Ja, die Orange sind lustig. Die machen. Schau, willst du da bleiben? Oh. Ja. Und dann, ich mache noch einen Blaubeer. Ah, was Gesundes. Genau. Für die Farbe. Ja. Und dann mache ich noch ein Gummibärli. Lecker. Ich mache alles drauf. Das machst du nur für mich, das Gummibärchen, oder? Okay. Dann war es so. Dann machen wir noch ein Gummibärli. Ja. Aber, probieren wir aus. Der Orange sieht aber schepp aus. Ich teste. Ich teste. Okay. Probieren wir. Probieren wir. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Oh, sauer macht lustig. Es ist extra dafür da. Können wir noch ein bisschen gegen das sauer machen? Sollte für dich zu sauer sein. Ja, bitte. Schöne Süße. Kannst du Kokos, kannst du Blucurasso reinmachen, kannst du Grenadine. Oh, jetzt hast du ein bisschen zu viel. Jetzt hast du ein bisschen zu viel. Wieder zu viel. Ja, das macht ja nichts. Das ist ja nicht viel. Ich teste nochmal. Bitte, bitte. Rühren, 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 rühren. Kannst du alle Sirupen, die du machst, so viel für dich. Das ist mein Cocktail. Perfekt. Lecker. Aber wenn du das nicht machst, du kannst ja auch was anderes aussuchen. Was gibt es so schönes? Erdbeer. Und Kirsche. Oder Banane. Und Ananas. Mango. Super. Maracuja. Du kannst mit diesem kleinen Schicker alle Cocktail, die du dir vorstellen kannst. Und Kinder, wisst ihr was? Alles. Du hast ja alle, alle aus Oberolm, habt ihr diese tollen Cocktailmixer bekommen. Das heißt, wenn ihr euch wieder treffen dürft, wenn das alles wieder erlaubt ist, dann macht ihr eine Cocktailparty und jeder bringt seinen Cocktailmixer mit. Und dann gibt es so leckere Cocktails und ich bin gespannt. Und dann schickt ihr dem Tiziano die Bilder da. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin gestärkt. Ja, perfekt. Prost. Prost. Mach ich. Mit Liebe. Mit ganz viel Liebe. Immer, immer, immer. So. Da. Wer bellt denn hier? Haben wir einen Hund in der Halle? Das ist kaputt. Warte. Warte. Meine Tröte macht jetzt ein Hund. Oder ein Hahn? Mäh. Okay, vielleicht auch ein Schaf. Mäh. Ein großes Schaf. Mäh. Mäh. Die geht noch. Sag mal. Sag mal. Manchmal so rum. Kinder, wisst ihr, wo das ist? Das ist so ein großes Haus. So einem Rollgarage. Ja, schon längst erraten. Feuerwehr, habst du schon längst gesagt. Kinder, wir wollen mit euch jetzt ein Kinderfeuerwehrlied singen und tanzen. Wer von euch kann noch singen? Wer hat noch Luft? Okay, passt mal auf. Ihr müsst ein lautes Tatü-Tata machen. Das geht so. Hier kommt die Blaulicht-Rassel-Bande und jetzt Tatü-Tata. Genau. Das müsst ihr euch nur merken. Ich hampel jetzt hinter dir ein bisschen rum. Und du machst jetzt mit den Kindern, ich glaube, einen Tanz. Habt ihr alle euren Luftballon aufgeblasen? Der war auch in der Tüte. Ja. Bestimmt. Oder wenn nicht, ganz schnell aufblasen. Oder ihr lasst ihn euch noch schnell aufblasen. Und dann wollen wir uns ein bisschen mit dem Luftballon bewegen. Und das mal ausprobieren. Und der Olli singt. Gute Idee? Ich kann nur eines. Also ich singe und du tanzt. Okay. Okay, ich geh weg, du singst, ich tanze. Umgekehrt, der Kapellmeister. Und dann könnt ihr euren Luftballon nach oben nehmen. Und macht mal einen großen Wurm. Mit Wasserspitzpistolen kennen wir uns bestens aus. Und schießen Kerzenlichter auf Geburtstagstorten aus. Wir sausen durch die Straßen, wir sind schnell so wie der Wind. Mit Rädern und Rollern, weil wir Melli-Helden sind. Kinder mitzingen. Und jetzt singen wir. Und hier kommt die blaue Straße landen. Alle Kita. Ta-ty-ta-ta. Sehr gut. Kleine Helden hier zu landen. Und die Kinder singen. Ta-ty-ta-ta. Wir üben für den Ernstfall. Wir sind die coolste Gang. Bei so mancher Übung macht es laut. Knall, Bump, Peng. Hier kommt die blaue Straße bande. Das sind Taten. Zu retten, löschen, bergen, schützen Tag und auch bei Nacht. Das wird uns hier behutsam über Jahre beigebracht. Wir brennen drauf zu lernen. Uns ist wirklich nicht so schwer. Wir sind Feuer und Flamme für die Kinder-Feuerwehr. Mitzingen. Singen. Hier kommt die blaue Straße bande. Alle Oberäume. Ta-ty-ta-ta. Kleine Helden hier zu landen. Laut. Ta-ty-ta-ta. Sehr gut. Wir üben für den Ernstfall. Wir sind die coolste Gang. Bei so mancher Übung macht es laut. Knall, Bump, Peng. Hier kommt die blaue Straße bande. Weiter tanzen. Okay. Der Luftballon bleibt reinkam in der Luft. Von der einen zur anderen Hand. Jawohl, super. Können wir noch was packen. Wir können noch was packen. Dann kommen wir im Affenzahn mit Pasta einmal bei. Hier kommt die blaue Straße bande. Und die Kinder. Ta-ty-ta-ta. Sehr gut. Kleine Helden hier zu landen. Oberäume. Ta-ty-ta-ta. Wir üben für den Ernstfall. Wir sind die coolste Gang. Bei so mancher Übung macht es laut. Knall, Bump, Peng. Hier kommt die blaue Straße bande. So, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Und das ist echt kein Witz. Denn ohne Blaulicht-Rasse bande läuft hier später nichts. Neue Helden, bitte melden. Hier kommt die blaue Straße bande. Feuerwehr. Ta-ty-ta-ta. Kleine Helden hier zu landen. Das ist der Luftballon. Ta-ty-ta-ta. Wir üben für den Ernstfall. Wir sind die coolste Gang. Achtung, jetzt hab ich's. Bei so mancher Übung macht es laut. Knall, Bump, Peng. Hier kommt die blaue Straße bande. Wähle einfach 1, 1, 2. Hilfe kommt dann schnellst herbei. Verarscht. Heißt doch, Knall, Bump, Peng. Ja, ich hab gedacht, du machst hier bei mir. Und dann warst du da hinten. Herr Jemini. Ich hab versagt. So. Es kommt Erfrischung. Es kommt Erfrischung. Erst die Dame, genau. Vielen Dank. Bitte schön. Oh, lasst es euch schmecken. Bitte schön. Lasst es euch schmecken. Meinst du, die Kinder haben auch noch zu Hause was zu trinken? Ich hoffe. Kinder, habt ihr noch was zu trinken? Wollen wir kurz posten? Achtung, wir sagen auf drei. Prost. 1, 2, 3. Prost. Und während die da noch trinken, hab ich noch mal in eure Tüte reingeguckt. Oh, sauer, macht schön lustig. Das ist lecker. Ihr habt da ein Saxophon drin. Ich hatte eine E-Gitarre drin. Oder ihr habt eine Brille drin. Oder ihr habt ein Mikrofon drin. Und wenn ihr das Saxophon jetzt noch nicht aufgepustet haben solltet, schnell aufpusten. Weil für das nächste Lied brauchen wir eure Unterstützung. Ihr müsst nämlich Musiker sein. Du brauchst eine Band, ne? Ja. Ja. Kann man so sagen, oder? Ich brauche coole Kinder, entweder mit Sonnenbrillen auf oder diese tollen Brillen. Oder mit Saxophon. Oder cool mit Gitarre. Oh, ist ja meine Band schon da. Yeah, wir sind bereit. Okay, wisst ihr, was ich jetzt Lust habe? Auf richtig. Kinder Rock. Cool. Kinder, habt ihr Lust auf Kinder Rock Musik? Ihr braucht Platz im Wohnzimmer dafür. Ja, also schiebt vielleicht noch mal. Da hinten, da in dem einen Wohnzimmer. Der Sessel, der muss ein bisschen beiseite. Der ist im Weg. Ja, genau. Jetzt hat das Kind der Opa verrückt. Den Sessel. Nicht den Opa wegmachen, den Sessel. Ja. Ja, habe ich ja gesagt, den Sessel. Ach Gott. Kinder, guckt mal hier. Habt ihr schon mal dieses Zeichen gesehen? Könnt ihr das nachmachen? Guckt mal. Das sieht aus wie so ein Schweigefuchs ohne Schnauze von der Seite. Und nach vorne müsst ihr so machen. Wisst ihr, was das ist? Genau. Eine Pommesgabel. Da kann man so richtig schön Pommes mitessen. Oder fragt mal Mama und Papa, wenn sie auf dem Rockkonzert waren, wenn sie da so stehen und halten die Hand so in die Luft. Könnt ihr das auch? Sehr gut. Ich brauche jetzt einen lauten Satz von euch, der heißt, das Kinderzimmer rockt. Könnt ihr euch das merken? Könnt ihr zwei mir mal helfen? Klar. Achtung. Das Kinderzimmer rockt. Also es war ganz cool, nur wenn ich sage, rockt, da muss das Haus beben. Jetzt dürft ihr so laut sein, wie ihr wollt. Pommesgabel bereit machen. Achtung. Das Kinderzimmer rockt. Das war noch nicht laut genug. Ich habe gehört. Also da sind noch ein paar. Das ist zu leise. Die Nachbarn können das jetzt ruhig hören. Das macht gar nichts. Die Jahre müssen wir nochmal. Wir müssen noch einfach richtig laut. Achtung. Das Kinderzimmer rockt. Sehr gut. Und Kinder, kennt ihr das? Wenn zu Hause manchmal die Nachbarn schimpfen, wenn es laut wird. Jetzt macht ihr folgendes. Nehmt die flache Hand, haut sie euch so ein bisschen auf die Stirn und dann sagt ihr, die Nachbarn sind geschockt. Achtung. Jetzt. Die Nachbarn sind geschockt. Nochmal. Die Nachbarn sind geschockt. So. Sind die Gitarren bereit? Yeah. Saxophon bereit? Kinder, seid ihr bereit? Kommst du mal zu uns rüber, zur Band? Komm, wir sind noch Band. Geh mal zu deiner Band. Zu meiner Kollegin. Yeah. Ich würde sagen, Herr Kapellmeister, links mal der Riemer auf die Reune. Ich gehe mal in die Mitte. Vielleicht besser. Ich spiele Luftgitarre, denn ich bin gut gelaunt. Oh, meine Luftgitarre, die hatten ihren Sauch. Die Bässe sind am dröhnen, die Mauern sind am wackeln. Es rockt. Kinder, holt mal die Pommeskabel raus. Wow. Das Kinderzimmer. Rockt. Super. Wow. Jetzt die Flage an. Die Nachbarn sind geschockt. Mitmachen. Wow. Das Kinderzimmer. Rockt. Sehr gut. Wow. Flage an. Die Nachbarn sind geschockt. In meiner Band, da spiel ich auch manchmal Saxophon. Die schrägsten Töne rock ich mit 130 vor. Die Bässe sind am dröhnen, die Mauern sind am wackeln. Die Kinderzimmer. Die Kinderzimmer. Die Kinderzimmer. Die Kinderzimmer. Rockt. Super. Die Nachbarn sind geschockt. Die Nachbarn sind geschockt. Achtung. Luftgitarren-Solo. Saxophon bereit machen. Solo-Saxophon. Saxophon. Die Bässe sind am dröhnen, die Mauern sind am wackeln. Es rockt. Kinder, wir wollen euch hören. Das Kinderzimmer. Rockt. Die Nachbarn sind geschockt. Jetzt die Kinder alleine. Sehr gut. Das Kinderzimmer. Rockt. Klasse. Noch mal. Rockt. Ohohohoho. Ohohoho. Die Nachbarn sind geschockt. Alle hüpfen. Ohohoho. 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 Das Kinderzimmer. Rockt. Ohohohoho. Die Nachbarn sind geschockt. Ohohohoho. Und die Kinder. Ohohoho. Ohohoho. Das Kinderzimmer, super, die Nachbarn singen, genau, die Schock. Kinder, jetzt mal ein Riesenapplaus von euch für mein Saxophon-Solo, Jasmin, Gitarren-Solo, Rihanna. Ah, es war so genial. Hast du die gehört? Was habe ich gespielt? Oh mein Leben. An der Tonart hast du gespielt. Quatsch. Aber das war Rock'n'Roll. Quatsch. Ich war voll im Flow drinnen gewesen, Mann, ey. Ihr zwei seid ja richtig Rock'n'Roll, ne? Ja, das war halt der richtige Oberolmer Rock'n'Roll. Ich bin geblättet, dass hier alles geht. Ja, kann es da auch mal sein. Hier geht es ab in Oberolm. Und, weißt du, was ich hier in der Hand habe? Überleg mal. Einen Essensgutschein, weil ich habe Hunger. Fast. Das ist ein Essensgutschein, den ich mir zusammenbauen muss. Genau, ja, die Bastelanleitung kriegst du nachher. Die Bastelanleitung kriegst du nachher, dann kannst du das ganz klein zusammenkleben und dann steht da drauf, weg, Wurst und Appelsaft. Das ist gut für einen Veganer. Ja? Ja, ach komm, Veganer. Wer ist denn hier in Mainz ein Veganer? Aber ohne Konfetti, hallo, ohne Konfetti geht's doch bei uns nicht. Und du hast doch Konfetti in der Blutbahn. Wollen wir mit den Kindern mal an Erwachsene, die singen? Meinst du, es geht? Ich glaub schon. Was, wen meinst du? Ich glaub schon. Auf jeden Fall. Kinder, habt ihr mal so richtig Lust auf ein Fastnachtslied, welches die Erwachsene mal singen? Klar. Okay, das Lied heißt, ich hab Konfetti in der Blutsbahn. Und dieses Lied bringe ich euch jetzt mal kurz bei. Herr Kapellmeister, Intro. So. Bisschen Ufhebel noch, gell? Okay. Erst den Satz, ich hab Konfetti in der Blutbahn. Achtung. Ich hab Konfetti in der Blutsbahn. Sehr gut, nochmal. Ich hab Konfetti in der Blutbahn. Sehr gut. Und jetzt doppelt so laut. Eins, zwei, drei. Ich hab Konfetti in der Blutbahn. Ich hab's bei mir auf dem Kopf sogar. Der Kopf überall hergeflore. Nicht die Kinder, jetzt könnt ihr auch einen Helau machen. Helau. Nochmal zusammen. Helau. Wollen wir es mal probieren? Schlachthof heißt Helau. Und mein Schlachthof heißt Helau. Helau. Super, nochmal. Und mein Schlachthof heißt Helau. Helau. Jetzt brauchen wir einen Tusch, gell? Das geht so. Tuf-te. Okay. Und den Tusch, den sing ich mit. Tuf-te. Könnt ihr das auch, Tuf-te? Und den Tusch, den sing ich mit. Tuf-te. Ich glaub, die haben alle heimlich geübt. Ich glaub's auch, oder die sind gut. Du bist ja von der Polizei. Ja, das kommt doch in dem Lied vorher. Okay, dann würde ich sagen, fang mal an zu singen, Herr Kapellmeister. Wir fangen langsam an und dann gib mir Gas. Kinder, seid so laut es geht. Eines Nachts, der stand vor meiner Wohnungstür, ein herrenloses Narrengehen, bat mich um Asyl. Ich stand da und hab es lachend angesehen. Vielleicht passt es ja gut zu mir. Das war gleich so mein Gefühl. Am Samstagabend hab ich dann das Gehen mal ausprobiert. Und montags drauf mit einem Mail beim Jokost an und hier. So, wir wollen ganz Oberholm hören. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Und mein Stammkopf heißt Taylor. Taylor. Lass es rocken, ich will schunke. Von Kiel bis Oberammergau. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Und den Tusch sing ich mit. Tuf-te. Singen auch fürs Feiern. Hab ich ne zinslose Kreze. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Ich will euch hören. Klatschen. Samstagnacht, es kontrolliert die Polizei. Das Narrenvolk im Mondenschein. Und ich war mittendrin. Ich pustete, trösch, den Hallermarsch. Wobei die Polizistin fragt, warum ich so glücklich bin. Das Testergebnis, nun Promille, kam vom Messgerät. Dazu sang ich ein Lied. Und hab mein Arm um sie gelegt. Kinder, wir wollen euch hören. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Und mein Schlachtoff heißt Taylor. Taylor. Das ist rocken, ich will schunke. Von Kiel bis Oberammergau. Ich hab mein Konfetti in der Hütbach. Und den Tusch sing ich mit. Tuf-te. Singen auch fürs Feiern. Verrichten sindslos im Äthi. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Klatschen. Selbst nach dem Aschermittwoch ist lange noch nicht Schluss. Denn ich hör den Hallermarsch vom DJ Tinnitus. Wollen wir die Kinder mal laut hören? Die Kinder mit Eltern. Ich hab Konfetti. Und mein Schlachtrupp heißt Taylor. Taylor. Ich lass es rocken, ich will schunke. Von Kiel bis Oberammergau. Von Kiel bis Oberammergau. Ich hab Konfetti. Und den Tusch sing ich mit. Tuf-te. Ich singen auch fürs Feiern. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Und mein Schlachtrupp heißt Taylor. Taylor. Ich lass es rocken, ich will schunke. Von Kiel bis Oberammergau. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Und den Tusch sing ich mit. Tuf-te. Ich singen auch fürs Feiern. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Ich hab Konfetti in der Hütbach. Wow, da ging es richtig ab in den Wohnzimmern da bei denen. Vielleicht liegt da jetzt auch ein bisschen Konfetti. Vielleicht. 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 So, ich muss mal meine Kappe wieder ausziehen. Das war richtig, richtig gut. Olli, Wahnsinn. Das war eine Fasnacht. Hatten wir hier so ja noch nie gehabt. Ist heute absolute Premiere. Und du warst dabei. Wahnsinn. Ich war zufällig in der Nähe, weil ich war der Obuf, der Umgehungsstraße, hat eine Platte. Und da kam der Matthias zu mir und sagt, ich kann dir zwar nicht helfen beim Auto, aber er kann ein bisschen singen kommen. Ja, genau. Das war eine super Idee. Und Kinder, hat es euch Spaß gemacht. Ich hoffe doch sehr. Und jetzt will ich euch sagen, ihr habt so, so viele tolle Bilder uns geschickt. Vielen Dank für diese wunderbaren Bilder. Die werden alle im Nachgang dieser Übertragung gezeigt. Und zwar so lange, bis alle Bilder durch sind. Wir haben so, so viele. Bleibt noch dran an den Apparaten. Und guckt, ob ihr euch wiederfindet. Und wir haben das hier ja jetzt nicht alleine gemacht, Olli, ne? Da waren noch ein paar dabei. Ein paar waren dabei. Ein paar waren dabei. Richtig noch die Band Plug and Play. Und einen habe ich vergessen, der steht nicht auf dem Zettel. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der macht als die Handicam. Das ist hier der Matthias. Dieser schöne Mann. Der hat diesen ganzen Spaß organisiert. So. Das musste mal gesagt werden. Vielen Dank. Und dann ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Tüten überhaupt gefüllt werden konnten. Wir verdanken dem Vereinsring durch Spenden, den Fördervereinen, der Kitas und der Grundschule, vielen privaten Spendern auch. Und ich muss sagen, es war grandios. Ich finde es so hervorragend, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich schon, nächstes Jahr 2022 werden wir uns hier in dieser Halle wiedersehen. Wir werden feiern, wir werden es krachen lassen und wir werden eine wunderschöne Zeit haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt, dass ihr uns unterstützt habt, gerockt habt. Wir haben es gesehen und gehört. Die Ulmenhalle hat mitgerockt. Und wir wünschen euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Hello! 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 Ich bin ein Stern, ein Stern Am liebsten ländlich sinnlos auf der Stelle Ich bin ein Stern, ein Stern Und springe wie ein kleiner Gummiball Ich bin ein Stern, ein Stern Ich rate auf den Rücken schöne Pferde Ich bin ein Stern, ein Stern Und zeige mit den Fingern Richtung all Und springe wie ein kleiner Gummiball Ich bin ein Stern Jetzt kommt der Gummiball So viele Dinge wackeln ganz einfach hin und her Von links nach rechts und mancher Backenzahn, der wackelt sehr Ich fahr gern hohe Berge hinunter mit den Ski Doch ab und zu, dann wackeln mir vor Angst an beide Knie Und jeder, der gelenkig, gern sportlich ist Der wackelt einfach lässig, den wackelt vor den Twist Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie Es wackeln auf Regarde, das hab ich schon gesehen Wenn Schrauben locker sitzen, muss man sie nur fester drehen Es wackelt auf der Popo von um ein und her Und ich zieh zu viel Kuchen, ja, dann wackelt's noch viel mehr Und jeder, der gelenkig, gerne sportlich ist Der wackelt einfach lässig, den Wackelpudding twist Ich hab nen Wackel, 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 Wackel Ich hab nen Wackel, 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 Wuling, Wackel, 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 Wuling, Wackel Der Opa fährt kein Auto und seins ist in nicht bunt Und auf der Hutablage liegt ein kleiner Plastikums Der wackelt, dackelt, wackelt mit dem Kopf die ganze Zeit Und Opas Fahrstil ist vom Wackeln auch nicht ganz befreit Und jeder, der gelenkig, gerne sportlich ist Der wackelt einfach lässig, den Wackel vor den Quiz Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Ich hab nen Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Erst wackeln meine Knie, dann wackelt auch mein Po Dann wackelt noch mein Kopf und alles sowieso Erst wackeln meine Knie, dann wackelt auch mein Po Dann wackelt noch mein Kopf und alles sowieso Ich habe Wackel, 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 Wackel vor den Knie Und einen Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Und noch ein Wackel, 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 Wackel vor den Kopf Ich habe Wackel vor den Knie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.